Sieben Jahre jung ist das Pferd, das Henrik von Eckermann erwählt hat hier für die große Tour. Er hat ja auch so einen starken Kornet von Marina Fedorowska ja mit dabei, den Conte Bellini. Haltet er hier jetzt ein Pferd von Kai Gerken, das ist Cat Over, Cat Oki Contact Me, Holsteiner Hengst. Da können wir auch noch Youngster Tour gehen, jetzt hier schon über das 1,45, 2 Phasenspringen der großen Tour. Cat Oki Contact Me und dann kommt Carolos aus dem Stamm des Cat Oki, Stamm 47,05, aus der Halbschwester von Chalan. Seine Großmutter ist auch die Mutter des gekürtten Schombettersohnes Chalan. Der direkte Stamm des wahrscheinlich besten Kontakt-Misones Konfu von Laura Kraut. In diesem Jahr in Aachen noch ein Springen gewann. Noch ohne Fehler jetzt in der zweiten Phase, Henrik von Eckermann mit Cat Over. Marco Kutscher hat vorgelegt, liegt vorne in 35,59 Sekunden. Geht auch vorher mit dem erst siebenjährigen Cat Over, das wird eine ganz enge Kiste, der ist schneller. Boah, bärenstark. 34,94 Sekunden ohne Fehler, Henrik von Eckermann, der vor wenigen Wochen, vor ein, zwei Monaten Riesenbeck, nach langen, langen Jahren verlassen hat, Richtung Bonn-Rodderberg, da bei Karl Schneider jetzt seinen eigenen Stalltrag gemietet hat, selbstständig ist. Diesen Cat Over, den hat er mitgenommen. Zum Glück, wenn wir das hier gesehen haben, übernimmt mit dem erst siebenjährigen Cat Oki Son hier die Führung der zweiten Qualifikation zum großen Preis. Da sehen wir unten Gerko Schröder, oben drüber sehen wir Bruder Ben Schröder. Die kommen beide gleich.